Hallo YouTube, ich bin's mal ganz kurz und ich wollte nur sagen, dass morgen erst wieder ein Video kommt, weil morgen ein neues Update von GTA 5 kommt und ja, ich denke mal, das werde ich für euch filmen und die neuen Renns, also denke ich mal, werde ich morgen ein Video machen. Das war's auch schon wieder, weil heute kommt kein Video, keine Videos mehr und haut rein. Ciao!